Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu den heutigen Wrestling News. Bevor wir loslegen, erstmal noch eine Ansage zu den letzten Wrestling News. Denn es ist ein Fehler passiert, ich habe das Video von Montag auf Dienstag getimt und das Video von Dienstag auch auf Dienstag. Das heißt, gestern kamen halt einfach zwei News Episoden gleichzeitig raus. Das hat sicherlich den einen oder anderen verwirrt. Und einige haben es aber gar nicht mitgekriegt, weil das ist das Problem am YouTube-Algorithmus. Das ist das Problem, warum ich nicht jeden Tag 500 Videos gleichzeitig rausknallen kann. Weil Videos werden angezeigt und wenn ihr nicht draufklickt, dann werden die noch weniger Leuten angezeigt. Und wenn man zwei News-Ausgaben gleichzeitig raushaut, dann sagt der Algorithmus, ich zeige mal denen das an, ich zeige mal denen das an. Und wenn beide halt dann auf das jeweils andere Video nicht geklickt haben, performen die schlechter. Also bitte Freunde, guckt euch nochmal die beiden Videos an, die ich gestern hochgeladen habe. Also zwei News, einmal zum Thema Vince McMahon, der eine neue Wrestling-Promotion gründen möchte möglicherweise. Und einmal noch was zu dem Krieg zwischen All Elite und WWE. Beides ist auf jeden Fall hochinteressant und hochbrisant, Freunde. Deswegen auschecken. Verlinkt das nochmal beides in die Videobeschreibung und hier auf dem i und so weiter. Ähm, dann kriegt man das hin. Gut, Freunde, aber wir starten natürlich weiterhin mit den News durch. Ich habe euch gesagt, es gibt jeden Tag News und, äh, ja, das läuft natürlich auch so weiter. Wir beginnen erstmal mit Dominik Mysterio. Der ist ja aktuell verletzt und, ähm, hat sich ja irgendwie was am Ellbogen getan. Aber es gab schon mal ein bisschen Entwarnung, denn, ähm, er muss nicht operiert werden. Und meistens ist es ja so, wenn keine Operation mit dabei ist, dann, äh, sollte der ganze Prozess des Ausfalls eigentlich nicht ganz so lange dauern. Also sollten wir dann auch irgendwann in der nächsten Zeit Dominik auch wiederkriegen. Ähm, ist aber schon mal gut, dass nicht allzu viel passiert ist. Dann, ähm, haben wir bei NXT beziehungsweise bei Level Up. Das ist halt das, was, also das ist jetzt wirklich eine Show, die kein Mensch guckt. Da könnt ihr mir nichts sagen. Schreibt mir in den Kommentar, ob ihr Level Up guckt. Also ich behaupte, keiner guckt Level Up. Egal, auf jeden Fall, NXT's Level Up, das kommt immer freitags, ähm, da, äh, gab es jetzt ein Comeback aus einer Verletzung. Was ja eigentlich ziemlich cool ist und ziemlich krass ist, aber es war halt nur auf die Sache gelegt. Und zwar von Wendy Cho. Die hat sich im Mai letztes Jahr, hat die sich, äh, verletzt und, ähm, ja, fiel jetzt halt wirklich ein Jahr aus. Ist jetzt aber wieder aktiv, ähm, ist halt nur bei Level Up zurückgekehrt. Wie gesagt, kriegt da keiner mit, deswegen sag ich's euch ja. Dann, ähm, bleiben wir bei NXT. Wir hatten ja in der letzten Zeit einige Entlassungen bei der WWE. Und, äh, jetzt gab es die Aussage der Nächsten, obwohl man nicht so richtig sagen kann, dass es eine Entlassung ist, sondern eher, es ist ein, wir verlängern deinen Vertrag nicht weiter. Was ja fast das Gleiche ist. Und zwar geht es um Scripts. Der ehemalige Reggie, der ja auch, äh, 24-7-Champion, äh, zwischendurch mal in den Main-Shows war. Der ist ja zwischendurch bei NXT aufgetaucht, dann als Scripts. Und, ähm, der hat jetzt ein Video auf seinen Kanal gestellt, wo er, ähm, ja, wo er den 24-7-Titel in die Box packt und seine Kette von Out The Mod, was ja die Gruppierung ist, wo er ja gerade mit dabei ist. Und, ähm, und seine Maske von Scripts. Und lacht dann ins Video und dann steht drin, ähm, dass er ab dem 1. Juni verfügbar ist. Das ist halt der Unterschied. Wenn nämlich die Verträge einfach auslaufen, dann sind die Wrestler Tag 1 direkt Free Agents und könnten direkt bei anderen Promotions auftauchen. Wenn die entlassen werden, dann haben die die 90-Tage-Non-Compete-Klausel und dürfen ja erstmal drei Monate irgendwo da sein. Ähm, das ist halt so der Unterschied. Also Reggie, beziehungsweise Scripts-Vertrag lief aus und damit kann der ab 1. Juni dann überall anders gesehen werden. Dann kommen wir zu TNAs Matt Hardy, obwohl man auch das nicht so richtig sagen kann. Denn Matt Hardy hat nochmal bekannt gegeben, dass sein aktueller Status bei TNA so ist, dass er wirklich bloß pro Auftritt bezahlt wird. Also es gibt keine, es gibt keinen festen Vertrag oder sonst irgendwas. Ähm, der hat halt Bock drauf, der ist halt da, der macht halt so sein Ding da. Aber er hat keinen festen Vertrag bei TNA. Das heißt, dass er jederzeit theoretisch auch in anderen Promotions antreten könnte. Und gerade auch hier ist es ja so, dass er aus All Elite ja rauskam. Und, ähm, er meinte aber auch, dass er trotzdem noch in Gesprächen mit All Elite ist. Also das heißt nicht, dass das komplett vom Tisch ist. Ähm, aber er ist natürlich auch in Gesprächen mit anderen Möglichkeiten und Blitzen. Das heißt, auch hier gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man Matt Hardy auch vielleicht zur WWE wiederholen könnte und sowas. Ähm, besteht auf jeden Fall viel. Ähm, das könnte aber halt jederzeit passieren. Selbst wenn TNA ihn aktuell einsetzt, aber wir könnten jederzeit Matt Hardy irgendwo auftauchen sehen. Ähm, ja, soweit also erstmal das. Ähm, wir müssen natürlich auch ein bisschen auf Jeff Hardy warten, denn der Vertrag wurde ja erstmal noch ein bisschen weiter verlängert, äh, bei All Elite. Deswegen, ehe der dann halt da rauskommt, wird wahrscheinlich Matt Hardy so ein bisschen rumdümpeln und sich dann wohl erst fest entscheiden, meine Meinung. Dann, äh, kommen wir zu Unlimited Wrestling, äh, denn es gab ganz oft in Livestreams, immer wieder auch privat, gab es, äh, bei uns die Anfrage, wann wir endlich mal mit Unlimited Wrestling nach NRW kommen, also nach Nordrhein-Westfalen. Und, ähm, ja, ich würde sagen, äh, wir kommen. Ähm, denn am 30.11. dieses Jahr, Freunde, am 30.11. kommen wir mit Unlimited Wrestling's Icebreaker nach Bonn. Ähm, es gibt auf WrestlingTickets.de natürlich schon die Tickets zu ergattern, deswegen, ähm, ja, freut euch, dass es jetzt endlich soweit ist. Wir kommen in tiefsten Westen, Freunde. Ähm, ja, und das ist, denke ich mal, für viele von euch jetzt auch eine gute Möglichkeit, endlich mal eine Show von uns zu sehen. Ähm, und, äh, ja, muss nicht tausende Kilometer fahren, obwohl es eigentlich eh nicht so weit weg immer ist. Ähm, Deutschland ist ja doch recht kompakt. Also, ich denke mal, da kommst du innerhalb von vier bis sechs Stunden irgendwo hin. Ähm, und das lohnt sich auf jeden Fall. Deswegen, Freunde, kommt vorbei. Ähm, wir sind in Bonn auf jeden Fall im Brückenforum. Und, äh, ja, wir haben richtig Bock. Das wird absolut nice. Dieses Jahr noch sind wir in Nordrhein-Westfalen. Also, sichert euch die Tickets. Dann geht's weiter mit Dijak von NXT. Obwohl auch hier wieder eigentlich auch nicht mehr von NXT, denn eigentlich müssen wir jetzt von Raw reden. Denn Dijak wurde ebenfalls noch gedraftet, aber nicht im Hauptdraft. Denn wir haben ja den Draft gesehen bei SmackDown und bei Raw und da wurde der nicht gedraftet. Was ein bisschen komisch war, denn eigentlich stand er mit auf der Liste für Raw. Aber es ist halt irgendwie nicht passiert. Ähm, wurde der nachträglich quasi nochmal so nachgeholt. Dann gab's erst Gerüchte, dass das halt irgendwie nur ein Spaß ist und so weiter. Aber nee, es war die ganze Zeit klar, Dijak soll zu Raw kommen. Und er steht auch aktuell unter dem Raw-Roster. Deswegen ist das auch alles fein. Äh, generell übrigens, der Draft hat, äh, recht schwierig performt. Denn der WWE-Smackdown-Draft zum Beispiel ging Head-to-Head mit dem NFL-Draft. Und das ist dann halt ein bisschen schwierig, weil sich ja dann Sportfans entscheiden müssen, was sie gucken wollen. Und dadurch kam es, dass der, dass die SmackDown-Episode, wo der Draft war, ähm, die schlechteste Episode seit fast einem halben Jahr war. Also der ganze Hype von WrestleMania quasi ist dann erstmal gekappt worden, weil die Leute doch öfter dann halt lieber mal den NFL-Draft einschalten, anstatt dann halt SmackDown zu gucken. Also eine schlechte Einschaltquote für SmackDown an dem Tag ist auf jeden Fall auch sehr interessant. Ähm, ja, und ansonsten, ähm, haben wir denn erstmal soweit alles abgehakt für heute. Ähm, wie gesagt, holt euch die Tickets für Unlimited Wrestling in Bonn. Ähm, denn nur wenn das ordentlich verkauft wird, kommen wir wieder, Freunde. Und wenn ihr uns oft im Westen haben wollt, vielleicht auch noch in anderen Städten, dann, äh, solltet ihr auf jeden Fall fleißig da hinkommen und Tickets kaufen und durchdrehen. Ähm, ja, Freunde, das wird sehr fein. Ähm, ansonsten, ähm, gibt's eigentlich jetzt nichts weiter zu sagen. Guckt euch auf jeden Fall noch die letzten beiden News-Episoden an. Also heute gibt's für euch, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, dass gestern ein Double-Upload war. Heute gibt's für euch einfach News, News, News. Also, äh, viel Spaß damit. Und wie immer Like, Abo dalassen und so, äh, Glocke aktivieren. Und wir sehen uns dann morgen schon wieder in den News. Das wird geil. Also weitermachen, haut rein und tschuuhu. Und wir sehen uns dann wieder in den News.